Top 10 Dark Blend Sorten. Meine 10 Lieblings Dark Blend Sorten. Das, was ich am meisten geraucht habe über die letzten Monate. Let's go! Ein Zug von der Pfeife und dann starten wir rein mit den Honorary Mentions. Was ich mir gebaut habe, jetzt nochmal im Schnelldurchlauf, das ist aber derselbe Kopf wie beim Top 10 Virginia Tabak Video und das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, also habt ihr den Kopfbau gesehen. Deswegen super fast Recap. Cosmo Bowl Grapefruit. Einfach locker fluffig rein damit. Dann marokkanische Minze. Nur ein paar Flöckchen. Blurry. Teilen und durchmischen. Wunderbar. Let's go! Alright, Honorary Mentions. Warum habe ich Sorten, die nicht auf der eigentlichen Top 10 sind, die ich aber trotzdem erwähnen möchte? Ganz einfach, die Sorten sollen bald kommen, sind aber noch nicht gekommen, sind aber so gut, dass ich die eigentlich mit draufsetzen will, falls das jemand sieht, wenn es die Sorten schon gibt. Und das sind drei. Zwei Sorten sind von Hyde. Ein Tabak, den man schon auf der Messe probieren konnte. Ich hatte Probepackungen und da sind zwei Sorten dabei bei dem Dark Blend, die ich absolut überragend finde. Und zwar ist das einmal der Snowfall und einmal der Berrytail. Der Berrytail ist ein Himbeertabak. Schlicht und ergreifend mein Lieblings-Darkblend-Himbeere-Tabak, den es gibt. Und der Snowfall ist wie Supernova. Sprich, der hat keinen Geschmack, der ist einfach nur kalt. Allerdings ist der besser als der Supernova nach TPD 2. Supernova war ja vor TPD unglaublich kalt. Nach TPD hat er leider sehr darunter gelitten. Der Snowfall sagt, der ist legit, also der ist TPD 2 konform. So gut wie der ist, kann ich es mir fast nicht vorstellen, aber da glauben wir einfach dem Hersteller. Und wenn der kommt und ihr Kälte in eurem Kopf haben wollt, ist der Snowfall schlicht und ergreifend das Beste. Solltet ihr allerdings auf eine Rohrzuckerminze stehen, dann ist die dritte Nennung auf dieser Liste auf jeden Fall was für euch. Und zwar ist das der absolute Klassiker unter den Shisha-Enthusiasten, der Cane-Mint von Tangiers. So, wir starten rein mit der eigentlichen Top 10. Und da haben wir einen durchaus alten Bekannten, wenn es um meine Top 10 Dark Blend-Listen geht, und zwar den Kismet Wild Cherry. Die beste Kirsche auf Dark Blend, meiner Meinung nach. Der beste Kismet, meiner Meinung nach. Es gibt auch noch den Black Kiwi und den Black Cane und die sind ja auch alle gut. Aber der beste Kismet für mich persönlich und die beste Kirsche, die es gibt, der White Cherry von Kismet. Platz Nummer 9 habe ich leider nicht da, weil ich den eventuell besonders schnell verraucht habe. Es ist eine von drei neuen Nasch-Sorten und zwar der Lip-Tee. Der soll schmecken wie der grüne Tee von Lip-Tee. Und das tut er auch. Und das schmeckt überragend lecker. Und das als Nasch, absolut hervorragend. Nasch, meiner Meinung nach, am besten im Meerloch-Kopf rauchbar. Es geht auch im Funnel, wenn ihr den irgendwie mit reinmixt. Wer eine Nasch pur in einem Funnel raucht, verschwendet den Tabak, meiner Meinung nach, zum größten Teil. Ich rauche den auch ab und zu im Funnel, wenn ich eine Mischung habe und da vielleicht 30% Nasch maximal reinkommen. Am besten, meiner Meinung nach, aber im Meerloch. Als nächstes auf der Liste der Blackburn Real PF. Und PF beschreibt es schon Passion Fruit, also ein Passionsfrucht-Tabak. Der ist so gut, dass ich mir direkt etliche 25-Gramm-Packungen bestellt habe und so eine alte Must-Have-Dose so vollgeklatscht habe mit dem Zeug, wie ich nur konnte. Es ist ein überragender Passionsfrucht-Tabak, der geisteskrank intensiv ist. Also selbst, wenn ihr 10, 20% von diesem Tabak mit in euren Kopf mischt, kommt der so krass durch, gibt so eine wundervolle, exotische Note. Und gerade jetzt im Sommer, wo ich die ganze Zeit fruchtig, frisch und exotisch und sonst was rauchen könnte, ist der gefühlt in jedem zweiten Köpfchen bei mir vorbei. Mit dem OH von Aino wunderbar, mit dem Black, mit dem Blary, mit Kiwi-Smoothie. Er funktioniert mit so vielen Sorten, so gut in einem Mix, dass der absolut auf der Top 10 dabei sein musste. Platz 7 und 6, der Aino OH und der Aino Black. Der Black für mich noch ein Ticken geiler als der OH, aber beide wirklich überragend und wie ich es eben schon gesagt habe, die zwei und den Real PF zusammen. Ihr habt ein wundervolles Köpfchen, wenn ihr 100% Darkband abkönnt. Ansonsten guckt ihr euch das Top 10 Virginia Tabak Video an und mischt von denen noch was mit rein. Aber der OH, die beste Guave, die wir seit Jahren auf dem Shisha-Markt gesehen haben. Und der Black, eine geile Brombeere, die aber trotzdem doch anders ist als der Blary und zwar ziemlich anders. Dafür, dass beides Brombeere-Sorten sind, könnten die fast nicht weiter auseinander sein. Beide aber wirklich absolut hervorragend. Aino Dark generell hat mich geisteskrank überzeugt. Das ist auch nicht die letzte Sorte, die wir von Aino auf dieser Liste sehen. Aino hat wenige Sorten rausgebracht, aber gefühlt alle sind hervorragend. Aber gerade die drei auf meiner Liste sind bei mir mittlerweile wirklich fast daily an. Spätestens an jedem zweiten Tag ist garantiert eine von diesen drei Sorten an. Platz Nummer 5 haben wir den ersten Must-Have auf der Liste und zwar Pinkman. Pinkman ist eine Grapefruit gepaart mit einer Erdbeere. Das ist aber beides nicht so richtig erkennbar, meiner Meinung nach. Es ist eine unglaublich süße, Grapefruit-artige Beerenmischung, die aber vor allem, falls ich es noch nicht erwähnt habe, sehr, sehr süß ist. Also es ist, maybe ist es der süßeste Tabak, den ich auf dem ganzen Shisha-Markt kenne. Lief bei mir sehr oft, gerade jetzt mit der Kombination noch mit dem eine OH, der dann nochmal so eine etwas herbere Note mit reingibt. Dann vielleicht noch eine kühle Note über den Cane Mint mit rein oder marokkanische Minze. Und dann ist das ein absolut leckeres Köpfchen. Zum Glück gibt es Must-Have wieder. Zum Unglück allerdings für 6 Euro für 25 Gramm. Müsst ihr mal gucken, gibt es in diversen Online-Shops wieder. Ich bin froh, dass sie wieder da sind. Aber ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich noch ordentlich Vorrat noch zu den alten Preisen gekauft habe. Platz Nummer 4. Ein Tabak, der sich vom Geheimtipp unter den Blackburn-Rauchern zu einem sehr weit verbreiteten und weit geliebten Tabak entwickelt hat. Und zwar der Papai Dinner. Ich glaube, kein Mensch hat Papaya als Shisha-Tabak vermisst, bis Blackburn einfach eine Papaya nach Deutschland gebracht hat und es wirklich ein absolut geiler Tabak ist. Man kann es sehr schwer beschreiben, wenn ihr nicht wisst, wie Papaya schmeckt. Es ist natürlich nicht 1 zu 1 wie eine Papaya. Es ist die Shisha-Tabak-Interpretation einer Papaya. Aber am Ende des Tages ist er einfach geisteskrank gut. Und wie ich eben schon gesagt habe, könnte ich im Sommer basically non-stop fruchtig-frisch-exotisch rauchen. Und da passt er halt perfekt rein. Und deswegen hat er sich auch ganz easy auf Platz Nummer 4 geschlichen. Platz Nummer 3 habe ich euch basically schon ein bisschen angeteasert. Und zwar ist das die letzte Aino-Sorte, die es auf die Top 3 geschafft hat. Und es ist die Sorte, von der ich es am wenigsten erwartet hätte. Ich hatte die Chance, Aino den Dark Blend schon zu testen, bevor er auf den Markt gekommen ist, weil der Hersteller mich um Feedback gebeten hat. Und wir haben alle Sorten durchgetestet. Und der OH war hervorragend. Der Black war hervorragend. Und dann gab es da noch den Grapefruit. Und ich habe den geraucht und war so, ja, die ist ganz gut. Gute Grapefruit, ist okay, ne? Holy fuck ist der bei mir eingeschlagen. Diese Sorte ist vielleicht die Sorte, die es am schnellsten von Habe ich mal probiert zu Rauche ich fast täglich geschafft hat. Ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal einen Tabak so hart gesuchtet habe wie den Grapefruit. Es ist wirklich einfach ein Gedicht. Grapefruit, der Name sagt es schon, ist eine Grapefruit. Eine Mischung aus einer leicht säuerlichen, aber eher süßen Grapefruit, die in so ziemlich jeden Mix reinpasst. Also mit fast allen Sorten, die ich auf dieser Top 10 Dark Blend Liste hatte, kannst du den Grapefruit rauchen. Geisteskrank. Fehlt uns noch Platz Nummer 2. Und da gibt es ja jetzt eigentlich bei den Tabaksorten, die wir schon hatten, und bei den Tabaksorten, die mich immer rauchen seht, eigentlich nur noch genau zwei Möglichkeiten. Die Frage ist eigentlich nur, welcher ist auf Platz 2 und welcher ist auf Platz 1. Platz Nummer 2. Der Must-Have Kiwi Smoothie. Wenn mich Leute im Stream fragen, übrigens schaut gerne mal im Stream vorbei, dienstags, donnerstags, sonntags, hier auf YouTube oder auf twitch.tv. Immer ab 20 Uhr rauchen wir gemütlich ein paar Köpfchen zusammen, guckt gerne mal rein. Immer wenn Leute mich da fragen, was ist die eine Tabaksorte, auf die du niemals verzichten könntest, ist die Antwort immer noch Must-Have. Es ist meine Lieblings-Tabakmarke und deswegen ist es auch keine Überraschung, dass wir nicht nur schon eine Sort hatten, sondern auch beide letzten Sorten Must-Have-Sorten sind. Kiwi Smoothie, ein Gedicht aus Kiwi und Apfel. Einfach überragend. Stark, ist Must-Have, teuer, 6,25 Euro, zum Glück ist er wenigstens wieder da. Wer mal in den Genuss kommen möchte, Kiwi Smoothie ist, also ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Mensch kenne, der Kiwi Smoothie nicht mag. Ich glaube, den mag einfach jeder. Jeder. Oder? Was ist eure Top 10? Schreibt es in die Kommentare. Und damit ist auch der Platz Nummer 1 relativ klar und zwar ist das der Blary. Sorry, meine Lieblings-Must-Have-Sorte, meine Lieblings-Dark-Blend-Tabak-Sorte, Overall, Brombeere par excellence, absolut überragend, verdienter Platz Nummer 1. Schreibt mir eure Top 10 gerne in die Kommentare, lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt, einen Daumen nach oben, für das Video wäre auch klasse und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!